Was habe ich durch den Sport gelernt? Ich habe gelernt, wie wichtig Bewegung für meinen Alltag ist. Viele Jahre bin ich morgens mit unserem Hund gejoggt, gewalkt und habe Energie dabei für den Tag getankt. Seit etwa fünf Jahren mache ich Yoga. Ich habe dabei gelernt, Spannung und Entspannung zusammenzubringen, Bewegung mit dem Atem zu begleiten. Und das gibt mir nicht nur eine körperliche Energie, sondern es gibt mir auch eine mentale Kraft. Und die hilft mir, den vielen Anforderungen, die sich uns stellen, immer wieder gut und in Ruhe begegnen zu können. Meistens in Ruhe. Und es gibt ja den alten Spruch, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Und dieses Zusammenbringen, Bewegung für den Körper, Energie für den Geist, dabei hat mir Sport geholfen.